Unternehmerabend mit Hans-Peter Latour. Wir haben Waren- und Gewerbeausstellung in Spiez 2017, wo unter dem Motto, wir bringen es doch auf einen Punkt steht. Wir haben für die Unternehmer am 27. Oktober ein spezielles Programm zusammengestellt. Von 2 bis 5 Uhr könnt ihr umgezogen durch die spannende Waren- und Gewerbeausstellung. Am Stand der Sparolei Kassenfruttigen habt ihr die Möglichkeit, am Tresor eine 6-stellige Gordi zu geben und 50'000 Franken zu gewinnen. Weiter geht es am Stand der E-Visabank, wo dort das neue Buch von Hans-Peter Latour, das ist doch eine Schwalbe, darf abholen. Hans-Peter Latour signiert von 3 bis 5 Uhr dort auch. Am 5 Uhr geht der Unternehmerabend offiziell im Lötschberg los. 5 bis 6 Uhr ist das Apera, Netzwerke und Begrüßung ist angesagt. 6 bis halb 8 Uhr gibt es ein feines Nachtessen. Halb 8 Uhr geben die bekannten Lideranten ihr das Besten. Am 4. ab 8 Uhr bis 9 Uhr gehört die Bühne und Hans-Peter Latour. Wo er über sein Leben und sein neues Buch, das ist doch eine Schwalbe, etwas darüber erzählen. Und wir ganz sicher spannende Sachen werden erfahren. Ab 9 Uhr ist aktiv das Netzwerk angesagt. Und genug Visitenkarten dabei zu haben, ist das empfehlen sollte. Damit ihr zum Billett kommt, am Tresor könnt mitmachen, das Buch von Hans-Peter Latour abholen, das Nachtessen inklusive allen Getränken und Dessert geschützten Feinplatz hält und mit vielen positiven Eindrücken haben könnt, müsst ihr was machen? Ganz einfach. Geht auf www.bga-biets.ch und unter der Rubrik Unternehmerabend könnt ihr euch anmelden. Das alles bekommt ihr für 100 Franken plus Mehrnetzteuer. Übrigens, für die Öffentlichkeit ist natürlich der Lutschberg-Sauer auch zugänglich. Und ihr könnt Hans-Peter Latour natürlich auch miterleben. Wenn ihr mehr über die WGA 2017 wissen wollt, geht ganz einfach auf www.bga-biets.ch wo ihr alle Informationen habt. Wir freuen uns auf euren Besuch. Euer WGA-Präsident Markus Gerber.